Im Juni hatte ich die Gelegenheit, mir bei zwei Ausgängen einen Eindruck von dem wunderschönen Revier der Jagdgenossenschaft Domb zu verschaffen. Dieses Revier liegt nördlich der Stadt Xenia im mittleren Teil des eiszeitlichen Urstromtales der Netze. Das ist ein Wunderschönen Wunderschönen Wunderschönen. Das ist ein Wunderschönen. Mit Andrzej streifte ich kilometerweit durch die weite Wiesenlandschaft. Nahe der Netze stießen wir auf eine Kormoran Kolonie. Diese wurde in ihrer Ruhe gestört, als sich mehrere motorunterstützte Paragleiter näherten, die in der Abendsonne die herrliche Landschaft aus luftiger Höhe genossen. Musik 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 Am nächsten Morgen, bei anfangs leichtem Bodennebel, genossen wir zunächst ein Wunderschönen. den faszinierenden Anblick von neun Hirschen, die wir in der Feldfrucht antrafen. und vollediert wurde in der Feldschönen, die wir in der Feldbrücke sind. und ein Wunderschönen, die wir in der Feldbrücke sind. Okay, das war eine Runde. Das ist ein Wunderschönen, die wir in der Feldbrücke gehen. Und bei anfangs leicht im Garten zu gehen. hai da 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 Oh nein, ich darf nicht. Ich schreibe dich. Ein wahrlich imposanter Anblick und zudem hatte ich an diesem herrlichen Morgen das Glück, einen Bock sowie einen Überläuferkeiler zu strecken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020